Gute wie zu hell dragon lp begrüße euch zu ja resurrection 3 würde ich einfach mal vorschlagen und zwar um was geht es heute erst mal es gibt ich möchte drei sachen ansprechen zwei sachen möchte ich ansprechen und zwar die erste sache warum in den letzten tagen nichts mehr gekommen ist lag jetzt nicht nur alleine an dem heißen wetter bzw beruflichen dingen sondern ich wollte für euch eigentlich einen play review machen wie ihr seht bin ich wieder ein bisschen rehabilitiert mit 200 3000 münzen die zwei niederlagen die lassen wir einfach mal so stehen und zwar wollte ich euch aus dem team der woche hier oben den guten robbie keen ja ja komm den guten robbie keen hier oben reviewen hat aber einfach das problem die teams die ich mit zusammen gebastelt hatte ich wollte als falsche 9 spielen lassen konnte ich so einfach nicht kaufen denn die spieler sind mittlerweile auf der playstation 4 ziemlich rar geworden da fängt schon an mit landon donovan in form auf der linken mittelfeld seite und ganz ehrlich ich schiebe es jetzt auch mal aufs wetter aber allgemein habe ich im moment echt kaum noch lust irgendwas ewig zu filtern um dann player review zu machen und hat mir so ein bisschen den spiel spaß genommen ich wurde gefragt nach einem match in den kommentaren das gleiche spiel ich habe im moment keine mannschaft beziehungsweise im moment habe ich mir heute gerade einen jetzt gekauft gehört eigentlich noch ein bisschen coins oben dazu möchte ich aber nicht verraten wie das team aussieht denn da kommt ein player review zu und die zwei spiele die habe ich jetzt zwischendrin gemacht und dann hatte ich ein lag gehabt da habe ich schon abgebrochen freiwillig immer zweiten muss aber sagen war der gegner ziemlich stark und ich hatte so ein 08 15 team einfach mal wieder zum spielen und ja das eigentlich dann dazu dass das der grund ist also das einfach dieses diese problematik ist im moment viele spiele einfach nicht da sind ich kann es euch ja auch zeigen dass das momentan so das hauptproblem von mir ist ich wollte zuerst alex meyer tots review weil der eigentlich noch fehlt und ja auf die suche auf dem transfermarkt hat kein treffer ergeben er ist einfach nicht verfügbar dann hatte ich mir auch überlegt ob ich eventuell mit alex meyer eine road to glory starte hatte mir so ein grundkonzept schon ausgedacht was glaube ich relativ cool angekommen wäre ja geht halt nicht der spieler ist nicht verfügbar und ich habe wirklich alex meyer eine dreiviertel stunde lang durchgefiltert er ist nicht da und ja scheiß drauf ja parejo war wollte ich gestern reviewen war nicht verfügbar heute ist er wieder da habe ich gesehen mit 100k könnte ich ihn auch sogar kaufen ja aber auch hier fehlen mir dann wieder ein paar spieler wo ich dann ganz gerne team rum gebaut hätte otta mandy chikaui und jordan henderson die drei mit denen handel ich momentan ein bisschen besonders guckendes gestern mit chikaui und jordan henderson hatte ich so als versuch ein bisschen überteuert drauf gehabt geht auch das mal als kleiner tipp man sollte eventuell mit dem budget wo ich momentan habe auch mit solchen spielern sich vielleicht auseinandersetzen ja ich verweise da auch mal ganz gerne an dieser stelle ans ea forum an üssi wolfi der macht ihr da ein sehr hervorragenden thread und da kann man ja auch ungefähr bzw da gibt ja auch immer tipps wie man spieler sich da aussucht das sollte es aber erst mal gewesen sein ich bemühe mich beziehungsweise es kommt jetzt auf jeden fall die nächsten tage wieder ein player review es ist aber kein inform spieler und kein team of the season spieler sonst irgend so ein besonderer spieler sondern ein vermutliches hidden gem wie man so schön dazu sagt ich weiß es selbst nicht habe noch nicht gespielt ich habe gefunden von den stets her ja er könnte was sein ich werde einfach mal spielen und dann gucken ob ich ihn euch review und das soll es aber jetzt erstmal dazu sein dann habe ich des weiteren einen kleinen trading tipp möchte ich das nicht nennen sondern ich ja wie man mit silber packs oder wie man mit packs ja geld coins verdienen kann schrägstrich möchte ich sagen zumindest nicht so viel verliert und man hat seinen spaß dabei ich habe das heute mittag also heute nachmittag kurz getestet möchte ich einfach euch ganz kurz präsentieren indem wir einfach mal hier ein päckchen ziehen die packs kosten von silber 3750 das ist euch allen bekannt wir haben es mittlerweile jetzt aber 20 uhr gucken ob es jetzt immer noch so von den preisen her geht oder ob jetzt halt in der hauptsaison oder hauptzeit tschuldigung es ein bisschen anders da aussieht wir haben hier dann in so einem normalen pack natürlich hier diese crap spieler wo man erstes denkt sie sind blöd dann schaut man aber mal einfach macht man preis vergleich zu gehen das ist wirklich ein sehr schlechtes pack um euch diese idee zu zeigen doch kann man zeigen ihr seht der spieler ist ja auf den ersten blick ja scheiße aber der mindestpreis liegt bei 1600 coins ich bin jetzt hingegangen den ganzen tag über und mache quasi hell dragon verschenkt ein paar spieler und zwar oder kommt zu hell dragon hier könnt ihr günstig einkaufen 1600 als mindestpreis ich schmeiße ihn für 1000 drauf schau mir hier nach celustak aus der bundesliga von 8 tschuldigung der zweiten bundesliga von nürnberg 650 so wunderbar 650 und auch hier zählt bei mir das motto kommt zu mir ihr kriegt einen mengenrabatt so nach dem motto den schmeiße ich jetzt einfach für 400 drauf jetzt habe ich aber was eklatantes vergessen ich wollte nebenbei mitrechnen um euch das dann zu präsentieren was ich damit meine 400 und ja mein spatzengehirn für was hatte ich jetzt den anderen drauf gestellt lassen wir den spieler mal aus ihr werdet wissen ich weiß jetzt nicht die bronze spieler stoße ich in der regel ab so ist es auch hier das ist nichts für mich da kommen jetzt wieder 16 dazu und genau jetzt geht es nämlich weiter das ist das tolle momentan nach dem team of the season diese spieler vertragskarten schmeiße ich einfach für 300 coins auf die transferliste sind in der regel heute mittag war es so also heute nachmittag war es so sehr haben die sich innerhalb von zehn minuten direkt verkauft teilweise auch noch schneller und das mache ich einfach um die transferliste ein bisschen frei zu bekommen da kommen also jetzt hier noch mal 600 münzen dazu für die zwei die spieler vertragskarten in rar müsst wahrnehmen sind noch viel viel teurer aber ich kriegse oder habe so 500 für 400 losgekriegt dauert aber meistens bis zum schluss aber wir wollen ja gucken dass wir einen profit machen also noch mal 400 dazu die fitnesskarten bin ich ehrlich die schmeiße ich für 200 drauf damit sie sich sofort verkaufen wenn ihr damit geld verdienen wollt macht einfach 300 verkaufen die sich mit sicherheit auch auf jeden fall kommen jetzt hier noch mal 600 münzen dazu zweite dritte dann haben wir auf jeden fall noch eine heilungskarte da hatte ich heute mittag keine gehabt da muss ich jetzt mal kurz selbst mal nachschauen was die für was man die verkaufen kann geboten mit schon mal 400 ja bei 400 ich will jetzt nicht ganz zum schluss gucken vielleicht wisst ihr das auch besser wie ich ich hatte sie heute mittag nicht bin 400 geboten mit mache ich in der regel 700 denn das ist dann wahrscheinlich auch ein sofort kaufpreis wo die karte wahrscheinlich sehr schnell weg sein wird machen wir aber mal 700 ist jetzt egal ihr seht ich schläge es auch nicht groß drauf an da alles bis zum erbrechen rauszuholen sondern dann auch so dass die liste relativ schnell wieder frei wird alle attributs karten ich habe im moment ein spatzengehirn die habe ich vorhin verkauft 1000 da haben wir 400.000 verkauft sich nicht sofort aber machen wir doch einfach hier mal ach ich hab so viel verkauft machen wir mal 800 da lehne ich mich jetzt mal aus dem fenster dass wir die für 800 verkauft kriegen ihr könnt dann natürlich die preise ein bisschen anpassen wie ihr wollt und dann jetzt hier noch dieses Pohang Steelers das können wir jetzt leider nicht nachschauen das ist schade da habe ich nicht aufgepasst die transferliste gut das stoßen wir jetzt einfach oder ich habe es jetzt in den Verein genommen ähm ohne ohne das Pohang Steelers und ohne den Spieler den wir auf die liste gemacht haben ich weiß es sei nicht das ärgert mich jetzt ein bisschen versaut fast schon wieder das ganze video sind wir bei 3516 ohne den Spieler ohne das Trikot jetzt und wenn ich das wenn ich die 5% abziehe von den 3516 dann bin ich bei 3340 3340 3750 wie ihr seht würde selbst bei so einem pack gerade mal ein verlust von 400 bedeuten da wir aber den spieler ja auf die liste definitiv gesetzt haben gehen wir hier plus minus null raus das klingt jetzt alles nach ein bisschen dass du kannst viel erzählen ja du ziehst einfach einen text und setzt sie einfach mal irgendwie auf die liste aber die müssen sich auch verkaufen die spieler glaubt mir einfach es das ist so die spieler verkaufen sich und genau deswegen ist meine liste auch so voll ich wollte es euch einfach zeigen so bums die alle verletzungskarte war scheinbar ähm ähm das hatten wir eben überhaupt nicht ne alle verletzungen weiß ich jetzt nicht mehr ich bin momentan ganz bei der sache auf jeden fall alle verletzungen 700 direkt weg 2000 kostet der stippermann 300 da war der billigste bei 400 einen trainer für 1000 da war der billigste bei 1500 äh könnt ihr dann auch für 200 oder 250 draufsetzen bevor ihr sie dann abstoßt spieler vertragskarten 400 so ein trikot geht mal für 1000 ähm so ein englandspieler 300 ohne probleme war glaube ich sogar innerhalb der ersten halben stunde weg wieder eine vertragskarte ja die hätte ich vielleicht auch löschen können bertolo hier hat sich wieder einer verkauft 1000 also ja ihr seht es ist ohne problem machbar eine tempokarte kostet auch 1000 äh fitness 1000 hier einer für 750 wieder eine fitnesskarte repko ein rahspieler ähm für 500 non rahspieler tschuldigung abschlusskarten gehen auch einfach weg 200 coins gemacht so ein ball so ein tatsächlich so ein scheißball die beiden bälle äh sind nach der ersten stunde weggegangen also nach dem ersten mal draufsetzen ähm 200 weg also vielleicht sitzt da draußen jemand und sagt ja mein gott ist so blöd natürlich gehen die weg ich hätte es nicht gedacht reflexkarte 200 selbst so eine mit ball sicherheit plus 10 500 coins weg und ähm ihr seht es sie gehen einfach alle ohne probleme weg dribbling geht weg da so eine truller plus 5 arm ich brauche die k ich brauche sowas mit dem verein geht aber weg und ähm hier eine verletzungskarte von beiden 1000 auch beim ersten mal weggegangen der spieler war ganz ganz schnell weg für 200 coins und äh hier nochmal diese ähm alle attributskarten gold wo ich ja auch nochmal nachgefragt wurde ob die sich immer noch verkaufen wir sind auf der playstation 4 muss ich dazu sagen bevor die frage nochmal kommt ihr seht es funktioniert trotz allem man muss halt ein bisschen geduld mitbringen aber sie gehen weg auch jetzt fast nur zum überteuerten preis für 2.2 kann sogar sein dass ich gar keine mehr aktuell drauf habe ähm alle attributskarten haben also 700 nochmal und hier den miller für 250 und dann seht ihr hier auch den rest es ist eigentlich nicht mal zu viel da ähm mit magie die habe ich gestern mal ein bisschen probiert und hier den robbie keen ähm den ich probiere überteuert zu verkaufen und ja ihr seht ein paar spieler sind natürlich drauf da muss man ein bisschen ähm Geduld mitbringen aber in der regel glaube ich verkauft sich schlichtweg einfach alles und ähm das ist im Grunde genommen das was ich euch äh da lassen will als kleinen Tipp so kann man ein bisschen Spaß haben und gerade in der Zeit wo ähm die Team of the Weeks sehr wahrscheinlich hauptsächlich aus Silberspielern besteht ähm hat man ja die große Option auch so einen Silberspieler zu holen also zu ziehen und äh was das ganze halt einfach schmackhaft macht und man muss wirklich bei jedem Spieler gucken ich habe mir so ein paar Spiele aus der mexikanischen Liga rausgesucht ähm Castillo ist scheinbar aufgrund dieses aktuellen Turniers wo nur Amerikaner erlaubt sind ist er ähm ja nicht verfügbar teilweise dann ist er wieder auf der Liste den kriegt ihr 5000 weg ja ähm Medina sieht nach nichts aus kostet aber oder beziehungsweise hier wurde er Boden für 2000 ich glaube der kostet der billigste heute Nachmittag kostete 27 und der Estrada hier ähm 650 ähm gut den dürft ihr jetzt bitte nicht den ich konnte den nicht runterlöschen sonst wären die anderen beiden hier weg gewesen ähm der geht habt ihr gesehen auch für über 1000 Euro äh 8000 Coins weg also die Silberspieler sind momentan wieder sehr teuer und man bekommt diese ganzen Ballkrempel mit äh Dribbling und äh plus 10 plus allem drum und dran auch relativ teuer weg plus die Fitnesskarten und äh vor allen Dingen die äh Heilungskarten sind mittlerweile wieder sehr sehr teuer man kommt immer also ich habe heute Mittag ähm vier glaube ich vier Packs gezogen und ich kam immer über meine 3750 teilweise 5000 bis 6000 Coins und ich verkaufe davon ja einiges und ähm das möchte ich euch als kleinen Tipp da lassen habt einfach Spaß äh auch für die Leute die halt nicht allzu viele Coins haben ist das eventuell mal eine Sache man braucht denke ich auf jeden Fall eine große Transferliste und ein bisschen Geduld dass man immer wieder die Spiele auch draufsetzt aber ich habe einfach die Vermutung es wird alles gekauft und wenn nicht schmeißt es für 200 Coins drauf ähm es ist besser als abzustoßen und für 200 gehen alle Spieler immer in der ersten äh in der ersten Stunde definitiv weg ich hoffe ihr konntet was mit diesem Video anfangen ähm wie gesagt es äh für mich war wichtig euch diesen neuen Tipp quasi nochmal da zu lassen äh er ist ja ein bisschen bekannt ich habe das Jahr 2013 ja schon mal im Forum groß äh ein bisschen aufgezogen ähm euch diesen Tipp mal per Video da zu lassen ähm wenn ihr möchtet mache ich auch eventuell eine Road to Glory oder irgend sowas da draus und zeige euch einfach wie ich Packs ziehe und dann ähm ja euch zeige wie die Spiele sich verkaufen statt im Forum dann in einem Spread zu machen würde ich es dann halt hier ähm per Video machen und vor allen Dingen dass ihr momentan einfach den Kenntnisstand wisst dass ich nicht alle Spiele einfach reviewen kann da sie einfach nicht verfügbar sind ähm ich hoffe dass morgen am Mittwoch ein äh Team ähm von dem äh von dem äh Copa America äh Cup rauskommt das würde auf jeden Fall wieder ein bisschen die Karten ähm billiger machen beziehungsweise wieder ein bisschen die Spiele auf dem äh Transfermarkt bringen und äh vielleicht spätestens dann ich glaube nächste Woche kommt dann diese diese Footies Geschichte da ähm dass sich das da wieder ein bisschen äh besser eine Sommerpause habe ich im Moment nicht vor ähm und wenn es soweit ist dann gebe ich euch einfach Bescheid so und ich glaube das Video hat schon ziemlich Überlänge bekommen aber ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat lasst bitte einen Daumen nach oben da schreibt mir was in die Kommentare und dann bleibt mir nicht mehr wie immer zu sagen machts gut und ciao